So, da sind wir zurück, bei Nifflheim. Ich, wie ihr seht, ist Payne immer noch dabei, unser kleiner Gandalf. Und, ja, ich suche immer noch das Ei, ich hab mal gegoogelt danach, man soll einfach mal Rüstungen bauen oder sonst irgendwas. Ich geh jetzt auch hier runter und schau mich da unten mal um, weil irgendwie so richtig, ja, klar, dass du wieder selbst sein kannst. Aber erstmal, sie hat noch gar nichts gesagt. Hallo? Hallo? So, du warst hier unten mal, was kann ich denn hier machen? Wir brauchen Bretter, um irgendwas zu bauen. Bring mir Bretter hin? Ich denke mal, doch, die Segnüge hier. Ich glaube, nein, das ist eine Truhe. Ist das hier, oder wie? Doch, Segnüge. Wir brauchen Holzstamm, Baustein und Eisenerz. Aber frag mich nicht, wenn wir mal einen Baustein bekommen, ich hatte eigentlich eins, aber nicht so recht. Das kannst du mit der Hacke abhacken. Okay, dann gehen wir doch wieder raus und holen wir mal. Und was brauchen wir noch? Ja, ich denke, das wird in der Höhle... ...eisenerz. ...würf es das geben. Ich denke, jetzt mal hier, dukst. Ja. Bist du auch andere Seite hier lang genommen, was da ist? Ja, da kannst du auch, aber ich hab noch nicht genau geschaut, was ich mal bauen kann. Aber für die meisten Sachen brauchst du eben Holzbretter und... Ich schätze mal, dass du mit der Segnüge Holzbretter machen kannst. Eine Küche könnten wir aufbauen, schau. Wir brauchen nur was für einen Baustein. Also, die fehlen noch. Kann ich hier machen? Mit Ruhe. Dann hat man auch Bettbretter und Kupferbahnen. Was haben wir hier? Alchemie. Auch Baustein. Man kann hier übrigens noch mal runtergehen, dann glaube ich, ist man auch in einer Art Höhle. Hier, ja. Gut. Machen wir... Gehen wir doch hier rein, oder was? Genau, mit dem Fall nach unten. Und da ist aber keine Spinne drin. Ich weiß nicht, ich bin gleich wieder rausgegangen. Spielet, Spielet. Also, wir haben uns eigentlich den ganzen Tag schon gefreut. Also, ich denke, hier muss man die Hacke nehmen. Wir haben uns eigentlich den ganzen Tag schon gefreut, wieder ein Let's Play zu machen. Mit... Wie war das mit der Hacke? Nein, du kommst da nicht durch. Wie hast... Wie hast du das mit der Hacke gemacht? Im Inventar rechts klickt benutzen. Aber hier geht's nicht vor, es geht nur da. Aha. Da liegt was. Vielleicht ein Ei. Ich weiß nicht, was ist das alles. Kegelfungus. Was soll das immer das sein, so? Ah. Mein Inventar ist voll. Meins auch. Ich will auch hin. Du mal wieder. Dann heb doch du auf. Das muss ein Kupfer sein, oder? Das muss ein Kupfer sein, oder? Eisen, glaube ich, auch nicht. Ich war auch immer ein Kupfer. Also ich muss auch dazu sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mir... Dass ich jemals in meinem Leben nochmal sowas hier spiele. Da bin ich ganz ehrlich, dass... Ich habe einen Eingang verbunden, was... Hier, ja. Und das hier kann ich... Schau mal, hier kann man auf den Boden machen. Also. Ah, der macht dann hier einen automatischen Eingang. Schau. Da kann man runter gehen, eins abwärts. Siehst du? Eine Tür kannst du auch hinbauen. Ja, die baut er automatisch irgendwie hin, wenn man da einen Boden haut oder so. Nein, du machst... Wenn du auf dem Boden haust, machst du das auch, aber du kannst für die Eingänge Türen hinbauen. Ich habe Kupfererz gefunden. Ich auch. Was liegt denn da hinter dir? Ich glaube, wir brauchen aber Eisen. Ich habe kein Satz mehr. Komm, wir essen. Ton. Essen mir einfach alles. Egal. Esst einfach alles. Alles, was ich finde, werde ich wissen. Komm zu dir. Bauen wir gemeinsam. Warst du im Baustahn, oder war das? Ja. Sehr gut. Und ich glaube, immer, wenn man den Boden hier beobachtet... Ja, da liegen immer Sachen unten. Nein, ich glaube, dann kannst du immer hier... Da unten sieht man bei den Texturen sieht man so eine Veränderung hier unten. Und unten sind noch mal so Ziegelsteine. Ich denke, hier können wir wieder so ein Loch einhauen. Sieh sie? Geh sie runter. Ja, das ist cool. Ja, das ist cool. Hier geht da nichts mehr, oder? Ich glaube, das Ding und dann warst du es. Ja, genau. Ja. Ja. Und ein Eingang los. Was ist das wieder? Ja. Nein, ich will hier nichts bauen. Nein, ich will hier nichts bauen. Nein, ich will hier nichts bauen. Was ist das? Grünliche Fugus war das. Grünliche Fugus war das. Stirbst du da nicht? Stirbst du da nicht? Stirbst du da nicht? Stirbst du jetzt nicht? Oh, guck mal. Stirbst du da? Kann man hier runterhauen? Ich bitte versuche einen anderen Ohl. Ich glaube, der Steintroll kommt. Ich guck jetzt mal, was für ein Erster kommt. Ja, geh du mal hoch. Soll ich mitgehen? Nein. Nein, Hack. Tu mal weiter. Alles klar. Ist wieder so eine Gebstwolke hier unten. Und geh da mal. Kleinkohle? Okay. Eisenerz. 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 Ich finde die ganze Zeit nur Ton. Nein. Ich fach mal oben weiter. Mh hm. Ich hab Golderz gefunden. Das ist auch nicht schlecht. Ja der muss dann doch bestimmt irgendwie umbauen umschätzen, oder? Wir brauchen jetzt erstmal eine Säge und Eisenerz dafür Silbererz, ich glaube wenn man oben weiter... ich glaube umso weit man weiter... Ah, da ist irgendjemand! Irgendein begrabener Wächter oder so... Keine Ahnung... Mann, da sind mehrere... Was wollen die hier? Kommen denn die her? Ich habe Eisenerz... zwei Stück... ich weiß aber jetzt allerdings nicht mehr wie viel man gebraucht hat... Sehr gut... Wie geht's hier hoch? Hier ist alles... Kann man irgendwer hier im Monster von unten... Ne... Da geh mal wieder... Das ist besser... Also ich weiß auch nicht... Ich habe auch nichts gelesen wie weit diese... Wie weit diese Höhlen hier gehen... Oh, oh, oh... Sind aber bei dir oben auch welche? Oh, oh... Ich kann mich nicht bewegen, ich bin nicht eingeklemmt... Mach dich da oben hoch, komm! Bist du ganz oben? In meine eine Etage drunter. Ich hab's geschafft abzuholen. Hast du nach links oder nach rechts gehauen? Nach links. Jetzt, ich geh hoch. Dann möchtest du dich zu deinem Schloss? Hallo. Hi. Hast du irgendwas getan? Ja, zwei Eisnerz. Ja, brauchen wir aber mehr. Nein, ich will hier hinzubauen. Keine Tür. Keine Tür. Also, man kann das Spiel auch mit Tastatur und mit Maus spielen. Also, das ist wie... Ich hab doch ne Hack hier. Aber so wie Schein scheint die Hacken auch nicht kaputt zu gehen, sondern die hat man immer. Ist auch mal ein Vorteil. Oh, da ist ein Wolf. Ein toter Wolf. Ah, der ist ja tot. Ne, das ist ja leidig. Ne, das ist ja leidig. Nein! Da bin ich tot. Warum haust du mich ab? Ich dachte, ich bin so dick. Ich hab was. Oh, okay. Jetzt scheine ich einen Pack zu haben. Ah ne, du liegst dann draußen. Wenn du tot bist, liegst du draußen. Und dann erwachst du es wieder zu erleben. Oh. Ja. Hier braucht man ja für alles braucht man. Hier draußen auch Bretter. Wenn du schon mal draußen bist, kannst du gucken, wie viel Eisen man braucht. Ja, warte. Ich gucke. Moment. Das war für das Sägewerk, ne? Richtig. Fünf. Und fünf sind Bausteine. Okay. Vorstand habe ich 24. Oh, okay. Okay. Räuche hier zu dir. Und dann, äh... Guck mal da mal runter. Auflaufen, auflaufen. Super. Wunderbar. Schön. Na, da ist dieser Wolf noch. Wo bist du lang? Links, oder? Eine Etage, runter und links. Ich glaube, das soll nicht gehen. Na, lass mich ihn versuchen. Komm zu dir. Der Wolf wartet jetzt auf uns da oben. Hallo. Okay. Hallo. Also da bei mir... Ist nix, oder? Da stehen die Rechte rum. Ja, ja, die sind nicht schlimm. Die habe ich unten auch alleine umbauen können. Nur oben das Schwert dann auswählen. Damit er dir leichter ist. Also die habe ich geschafft. Die waren jetzt nicht so... ...schwierig sein. Ich werde die Animation wieder da draufziehen. Ich habe jetzt vier Eisenherz. Sehr, sehr gut. Ich habe keine Eisenherz mit gar keines. Ich habe keine Eisenherz mit gar keines. Ja. Lauf, 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 lauf. Hier warst du schon. Hier warst du schon. Ja, da sind vorhin die gekommen. Aber dann ist es ja wieder respawned, oder? Nein, ich habe sie nicht umgebracht. Ich bin abgehauen. Ja, jetzt ist fertig hier, ne? Ja, danke. Wunderbar. Da ist Herr Wolf. Wo können Sie sich denn? Ja. Wunderbar. Ein bisschen habe ich ihn schon erwischt. So, ich denke, er ist tot. Muss was essen. Wolf ist auch tot. Hat sich ausgewolft hier. Der Eisenherz sieht wie am Boden aus. Ja, so, 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 bräunlich, golden. So kupfermäßig, oder so. Du bist da hingelaufen. Ganz nach rechts. Also kein so Turbobooster oder so. Nein. Ich auch nicht. Wer hätte das gedacht? Ich bin unterwegs. So, da bin ich. Das ist ein Level ab. Oder sowas. Holz. Ja, genau. Wo hast du jetzt Holz gehackt? Bitteschön. Müsste machen. Ich habe halt Eier. Spinnst mir die ganze Zeit bitteschön auf die Nase. Du kannst dein... Jetzt habe ich acht Eisenerz. Du kannst ja eben übrigens herstellen, ne? Wenn du uns in den Metall gehst, da hast du so... So... Ja. Und da steht da dran, Plus oder... Nein. Echt. Vielen Dank für den Hinweis. Jederzeit. Ich gehe jetzt nach oben und baue die Segen. Kannst du? Hast du ein Eisenerz? Acht Stück habe ich jetzt. Wo ist denn die jetzt her? Habe ich gerade gesagt. Ich habe nicht zugehört. Ja, du wolltest mir erklären, wie man ist. Was schon... Was ist von einem anderen Spieler besetzt? Bitte abwarten. Was ist von einem anderen Spieler besetzt? Was ist von einem anderen Spieler besetzt? Was ist von einem anderen Spieler besetzt? Was ist mit Bruch hier? Ja, sehr gut. Jetzt kann man Holzbretter... Jo, was braucht man da dafür? Für drei Bretter brauchst du sechs Holzstämme. Hast du zufrieden? Braucht man kein Ei? Nein. Wie macht man das? Ach hier, Holzbretter. Ja, habe ich. Ohne Ende sogar. Ach, die baut man dann auch selber. Siehste? Und dann sind die Holzbretter fertig. Da muss man dran stehen bleiben. Das ist auch mal nicht schlecht. Ja, was auch immer du jetzt machst. Bist beleidigt jetzt sogar. Nein, ich schaue, was man für eine Truhe braucht. Hast du Kupferbahn? Warte, muss ich gucken. Ach, da braucht man Bahn. Dann müssten wir eine Schmiede oder sowas bauen. Was kann man hier noch machen? Lampen, Teile... Und das andere ist alles noch gesperrt. Da kann man aber einiges machen. Wolfskopf, Wolfsfell, eiserne Stiefel und sowas. Wolfsfell. Hier ist eine Schmiede. Kann ich auch bauen. Ja, auch bauen. Für was haben wir jetzt die Holzbretter gebraucht? Das weiß ich nicht. Für oben den Hühnerstall. Und für Truhen hier unten. Ja, dann kann man das ja gleich mal machen hier. Erstmal muss ich meine Holzbretter gebrauchen. Jetzt habe ich eh gleich kein Holz mehr. Aber ich habe... Jede Menge habe ich. Ich habe... 15. Hast du eine Eisenhassen nicht drin? Ne, habe ich nicht. Eisenhassen nicht. Aber ich kann einen Wolfskopf machen, falls du möchtest. Dann kriegst du Verteidigung. Ich weiß nicht, kannst du das dann... Ich hoffe, das ist so. Kannst du das dann auch aufheben? Ja. Das ist nicht schlimm. Alles klar. Ja. So, wo ist mein Kugeltschwein? Ja, ich habe den aber nicht mehr. Ach doch. Mein Gott. Okay. Gut. Baust du was, oder? Nein. Ich schaue an, was man bauen kann. Kupfer. Hast du Kupfer? Kupferbahnen? Ja, Kupferbahnen habe ich nicht. Man kann hier hinten in der Schmiedebahn machen, weil das ist jetzt nur Eisenbahn. 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 Eisenbahn kann man da machen. Aber Kupferbahnen finde ich nichts. Gehen wir mal hoch, bauen wir Enten, falls es Enten geht irgendwo. Vielleicht wenn du das auf Stufe 2 ausbaust. Was ist denn besser? Mehrwert? Eisen oder Kupfer? Ich weiß nicht. Wie der Schneesturm hier draußen kann man am besten nicht raus. Ach da. Guck mal, hier gibt es. Da braucht man 10 Holzstämmen, dann könnte ich diesen Hühnerstall bauen. Okay. Vielleicht finden. Ich habe auch noch ein paar. Ja, ich habe zwei Stück. Hier, ich lasse mal fallen. Ah, okay. Vielleicht finden wir ein Ei. Bitte, ja. Krieger. Krieger. Krieger-Studie 2. Das da glaube ich. Das ist so ein Dungeon oder sowas. Gibt es hier auch irgendwie. Mit so Bossen, mit so Endboss auf dem Zoll. Wo sind hier die Bäume? Das sind nur Wölfe aber keine Bäume. Aber eigentlich stimmt der uns nichts tun, weil wir haben einen schönen Wolfskopf auf dem Kopf. Stimmt's? Aha, war wieder der Bringer, gell? Das ist so krass. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ja. Das Schaum, das Schaum. Ist der gerade gespawnt, der Baum? Ja. Cool. Das ist super. Ach, diese Bäume kann man auch erpacken. Ich bin ja immer dran vorbeigelaufen. Aus Versehen. Hoppala. Jaaa. Haben die gegessen Wildschwein? Wildschwein. Aber ich bin fast tot. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas zu essen habe. Minus 170. Brot ist gut. Brot ist immer gut. Dann ist mein Leben jetzt wieder ganz... Wie viele Holzstämme hast du jetzt? Zwei. Hallo, du Wildschwein. Komm her, du Wildschwein. Ja, da schaffen wir. Zu zweit schaffen wir das. Oh, das tut aber weh. Oh, Aua. Dann renn weg, bevor du stirbst. Nee, noch haben wir es geschafft. So eine Trugel wär gut, ne? Nur jetzt den Inventar bin ich ein bisschen mehr. Aber egal welches Spiel ich spiele. Irgendwie ist mein Inventar immer voll. Irgendwie habe ich jetzt zwei Spitzhacken mit Inventar. Zwei? Vielleicht hast du eine gefunden. Oh, hier habe ich jede Menge Holz gefunden. Jetzt habe ich 19. Wenn wir schon zurückgehen. Ja, lass mal ein bisschen gucken wegen dem Ein. Sehr gut. Da sind die da vorne nach. Dann such dir bitte einen anderen Ort. Danke, ja, Entschuldigung. Hier ist irgendwo eine Schaffarbe, glaube ich. Wie das ausschaut hier. Und wie das wieder zu hinterher. Dann schau ich dich auf. Oh, die haben die Schreiner. Da ist ein Furbeln. Das verlegt ein Ei in die Leber-Bison. Nee, ist doch nicht wahr. Scheiße, ich habe auch das Bison-Kraut. Warte, schlafen wir nicht mehr ab. Dann hebt da ein verdammtes Ei auf. Wie denn? Ich schlafe. Ich schlafe. Das ist doch nicht wahr. Ich bin müde. Worgi ist müde. Worgi muss schlafen. Jetzt musst du einen Bison vorbei. Ja, aber ich renne als Geist vorbei. Das geht vielleicht. Schauen wir mal. Aber ich habe ein Ei gefunden. Ich glaube es nicht. Das gibt es doch nicht. Ja, ja. Mann, das ist mir so viel Liebe gemacht. Ich schwärme. Wie weit sind wir da lang gelaufen? Wie viele Minuten? Lauf weg, das schaffst du nicht. Ich wollte es auch ausprobieren. Jetzt hebt der den Busch auf. Lauf mit der Tastatur. Hallo. Hallo. Ja, du verjagst ja das Bison. Der ist ja stehen geblieben. Nee, jetzt läuft es bestimmt gleich mir hinterher. Weil es mich irgendwo gesehen hat. Nein, noch habe ich es nicht. Na, abwarten hier. Ja, das ist bestimmt das Inventar voll. Nee, ich habe irgendeine Karotte oder so ausprobiert. Ich habe Eier. Zwei sogar. Können wir jetzt die Quest abschließen? Stell dir vor, ja. Gibt es doch nicht, oder? Da liegt jetzt auch ein Spiegeleier am Boden. So haben wir den Inventar voll. Mann. Hier ist ein Frosch. Ich mag. Jetzt nimmer. So, ich komme jetzt, ja. Okay. Also ich weiß nicht wo das Bison ist, aber ich laufe jetzt einfach. Lauf einfach. Da ist das Bison. Scheiß Viech. Ich tue einfach so. Aua, das hat mir voll weh getan. Los. Ach, schau mal. Man kann das Haupthaus auch ausbauen. Okay. Mir fehlen noch zwei Holzstämme dafür. Ja, das sollten wir noch haben eigentlich. Ich baue jetzt erstmal den Hühnerstahl. Biep, 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 biep. Schau mal. Hallo. Hallo. Aha, Hasenfälle. Wie viel brauchst du? Zwei. Ja, ich hab zwei. Ich hab zwei. Was hast du zwei? Hasenfälle. Ich hab dir Holz hingeschmissen. Hast du keine Quest bekommen? Doch, ich hab dir Holz hingeschmissen. Mensch, ich hab dir Holz hingeschmissen. Mann, jetzt... Jetzt bau ich meinen Hühnerstahl gerade mit Absicht. Ich bin am bauen. Ich hab aber kein Holz bekommen. Da ist unser Hühnerstahl. Setze einen Vogel in die obere Zeile ein, um die Produktion von Eiern, aha, oder Federn zu beginnen. Die untere Zelle wird mit den hergestellten Eiern oder Federn gefüllt. Ja, und wie kann man die fangen? Nein. Na egal. Du brauchst irgendwas, ne? Ich... Hast du eine Quest? Nein, hab ich jetzt nicht. Dann geb ich sie alleine ab. Na, hast deine zwei Holzbretter. Ich brauch Holz Stämme. Ich brauch Holz Stämme. Was ist... Achso. Sag das doch gleich. Zwei. Ja. Weiß ich nicht, warum ich sie kriege. Ich glaub keiner. Aufgabe Wolfsbund. Da hab ich jetzt eine. Okay, schau mal wie das los sieht. Cool. Aufgabe Wolfsbund. Da braucht man Wolfsbund. Wie viel hast du? Ähm... 5. Aber die Quest hast du nicht. Nein. Aber egal. Was noch gut wäre, ist, dass man die Quest eventuell teilen könnte. Das wäre nicht schlecht. Gut. Jetzt hab ich sie. 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 Jetzt fehlt es das Wolfsbund. Ja. Mhm. Ich hab noch drei. Ich hab noch mehr gebraucht. Hier. Wie schön. Dankeschön. Was bauen wir dann hier hin? Schafe, ne? Ich würd ich nur sagen. Oder Getreide. Fölzernes Treibhaus. Ich würd ein Treibhaus bauen, dass wir... Das Seil kann man unten machen. Im Sägewerk. Okay. Dann muss ich runterschauen. Bin mal gespannt, ob sich das jetzt unten auch verändert hat, oder ob das gleich geblieben ist. Ich denke, es ist gleich geblieben. Du hast recht. Wir haben ja nur das Haus ausgebaut und nicht den Keller. Entschuldigung. Da braucht man Stroh und Wolle. Da brauchst du wahrscheinlich Schafstall um Wolle zu bekommen. Ich denke, da brauchst du schon. Jetzt hab ich schon wieder was. Aufgabe Baustein. Aufgabe Gräber. Also die Quest kriegt man hier irgendwie... Na, Lust und Laune irgendwie. Oder gar nicht. Na gut. Okay. Bist du hier oben? Ja. Ich bin unten und schau grad was man rechts bauen kann. Kannst du dann... Danach mal fliegen. Ja. Wir sollten einfach mal Holz sammeln gehen, denke ich mal. Weil für vieles brauchst du Holzstämme und für vieles auch Holzbretter. Ja. Okay. Obwohl eigentlich eine Truhe oder sowas auch mal nichts schmeckt werden. Ja, wegen Meditation allein. Aber dazu musst du das ausbauen. Ja. Ja. Egal, gehen wir einfach mal Holz sammeln. Okay. Aber nicht da wo das Bison ist. Gehen wir auf die andere Seite. Okay. Gut. Dann wisst ihr jetzt auch was wir in der nächsten Folge machen werden. Wir werden uns auf die Jagd begeben nach Holz und Wölfchen. Wölfchen. Wir hauen sowieso alles zusammen was über euch, uns, euch, naja, uns über den Weg läuft. Ich hoffe ihr habt immer noch gefallen daran. Niffelheim macht richtig, richtig viel Spaß. Auch wenn das Bison mich natürlich getötet hat. Aber, 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 aber. Ich habe mein Ei gefunden. So. Dann sehen wir uns in der nächste Folge wieder. Wenn es heißt Worgi und Worgi und